Hallo Sammelfreunde, herzlich willkommen zum sage und schreibe 50. Orakel zur Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Frankreich und dem zweiten Halbfinale zwischen Europameister Niederlande und dem Deutschlandbezwinger Schweden. Beide Mannschaften sicherlich auf Augenhöhe, von daher spannend zu sehen, wen das Orakel in dieser Partie vorne sieht. Wir beginnen mit Beaumatti aus Spanien, dann haben wir Washington, Jamaika und da ist der erste Treffer für die Niederlande durch Van Lanteren, die somit 1 zu 0 in Führung gehen, aber Kosovo Araslani lässt das nicht lange auf sich sitzen und trifft direkt. Zum 1 zu 1 Ausgleich. Dann haben wir noch Okobi aus Nigeria und das war das erste Sticker-Päckchen. Weiter geht's mit Nummer 2. Und der Brasilianerin Andresinha. Dann haben wir Haustracke Fiskerstrand aus Norwegen. Sonnesei Thailand, Patterson, Jamaika und Lopez Schiele. Also keine Veränderung mit dem zweiten Sticker-Tütchen. Und wir kommen zum dritten und entscheidenden Sticker-Tütchen für dieses Orakel. Toppenhees macht den Anfang für die USA. Hellström Kanada, Alex Morgan USA, Korea Argentinien und Makabane Südafrika und damit bleibt es beim 1 zu 1. Bedeutet, wir müssen mit einem weiteren Sticker-Tütchen in die Verlängerung. Und die beginnt mit Amundin Henri aus Frankreich. Dann haben wir Boussaila, ebenfalls Frankreich. Mielde, Norwegen. Ramalep Südafrika und Koronel Argentinien. Also auch nach der Verlängerung keine Entscheidung. Bedeutet, das Elfmeterschießen muss entscheiden. Und das heißt, bei den Orakeln, es wird gewürfelt. Ungerade Zahl bedeutet, dass die Niederlande ins Finale einziehen. Bei einer geraden Zahl sind die Schweden weiter. Und wir haben eine 5, auch wenn sie hier so leicht aus dem Bild rausgerutscht ist. Das bedeutet, die Niederländerinnen bezwingen die Schwedinnen im Elfmeterschießen. Und ziehen damit ins Finale am nächsten Sonntag in Lyon ein. Wie das ausgeht, werden wir natürlich auch Orakeln. Genauso wie vorher am Samstag das Spiel um Platz 3. Aber zunächst ist es wichtig, dass ihr euren Tipp für dieses Spiel unten in die Kommentare schreibt. Damit wir dann anschließend auch mal schauen können, ob jemand besser tippt als das Orakel. Vergesst auch nicht, noch ein Däumchen nach oben für dieses Video da zu lassen. Abonniert den Kanal, wenn ihr noch nicht regelmäßig dabei seid. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, am kommenden Samstag mit dem Orakel zum Spiel um Platz 3 wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.